Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier aus dem Hospitality Summit in Zürich-Orlikon. Noch heute findet dieser Hotelkongress der Schweiz statt und ich habe hier einen ganz besonderen Gast bei mir. Das ist Nicole Hinrichs. Herzlich willkommen, Frau Hinrichs, dass Sie da sind. Sie ist Professorin und Dozentin an der weltberühmten Hotelfachschule von Lausanne, wie man im Volksmund sagt, die EHL oder EHL oder wie sagt man eigentlich richtig? EHL Hospitality Business School ist unsere Finierung mittlerweile. Ganz genau. Und Ihre Funktion ist dort Dozentin, wie gesagt, sie befasst sich unter anderem seit einiger Zeit, kann man so sagen, mit dem, was man KI nennt, also künstliche Intelligenz und die ganzen Prozesse hintendran. Also erstens mal, meine erste Frage, künstliche Intelligenz, das ist ja heute ein großes Thema auch in der hospitality-Industrie. Wie weit sind sich die Hoteles bewusst, dass da was auf uns zukommt? Man spricht ja auch von einer weiteren, in Anführungs- und Schlusszeichen, industriellen Revolution, die da auf uns zukommt jetzt mit KI. Wie schätzen Sie das ein? Also ich würde sagen, das Bewusstsein für die KI ist da. Es ist, glaube ich, relativ schwierig, nicht zu wissen, dass die KI da ist. Und wenn man alleine tagtäglich die Nachrichten hört, dann hört man es durch die Bank weg. Was das jetzt im Speziellen für die Hospitality-Industrie bedeutet, da würde ich behaupten, aus eigener Erfahrung haben wir unterschiedliche Erkenntniszustände. Der eine ist sich bewusst, dass es da ist, hat aber keine Ahnung, was wir damit machen wollen. Und dann gibt es natürlich auch auf dem anderen Ende des Spektrums die Vorreiter, die sich des Themas bewusst angenommen haben. Auch in dem Bewusstsein, dass die Digitalisierung da ist, um zu bleiben. Und dass die KI im Zweifelsfalle nur als Brandbeschleuniger jetzt noch dazu wirkt. Und als solches sich auch wirklich bewusst damit auseinandersetzen, wo die KI eingesetzt werden kann. Und das ist nicht nur im Frontend, sondern auch vor allen Dingen im Backend. Wenn ich jetzt Hotele bin, 40 Zimmer habe, ein schönes, kleines, privat geführtes Hotel irgendwo in den Bergen oder am Thunersee als Beispiel. Und ich komme zu Ihnen und frage, was bringt mir als Kleinhotelier, als sogenannter KMU-Hotelier, was bringt mir KI im Hotelalltag, in den Prozessen, beim Gast, in der Guestjourney, wie man so schön sagt. Was bringt mir das konkret? Was würden Sie sagen? Also ich würde sagen, bei Unternehmen, die jetzt eher im KMU-Bereich liegen, weniger erst einmal vielleicht im Frontend, aber mehr im Backend. Die Frontend-Thematik ist meistens dann relevant, wenn wir natürlich mit großen Datenvolumina von extrem hohen Kundenzahlen sprechen. Weil dann ist es einfach in der Realität meistens nicht so, dass wir alle unsere, sagen wir mal, Kernkunden kennen können. Das geht einfach irgendwann nicht mehr. Mit 40 Zimmern würde ich sagen, sind wir noch so an der Schallgrenze, wo man als investierter Hotelier wahrscheinlich seine Kernkunden auch bis zum heutigen Tage gut kennt und die Vorlieben kennt. Das heißt, da würde ich jetzt die Vorzüge durch die Datenanalyse nicht als erste herangehensweise sehen. Da sehe ich eher im Back-of-House die Möglichkeiten. Was heißt Back-of-House? Back-of-House ist wirklich alles, was halt, wenn es um, wie man das so schön nennt, Predictive Maintenance, das heißt, alle unsere Dinge, die wir nutzen im Hintergrund, Maschinerien, Prozesse, das hat alles Abnutzung. Und oftmals passiert es halt, dass die Abnutzung überraschend so weit ist, dass etwas zusammenbricht und etwas nicht mehr funktioniert. In der sogenannten Predictive Maintenance können wir durch die Datenlage bereits vorhersehen, wann wahrscheinlich Maschinerien nicht mehr funktionieren werden. Das heißt, wir sind vorbereitet, sodass der Zusammenbruch gar nicht erst stattfindet. Für viele Betriebe ist gerade dieses Operationelle oder diese gesamte Wertschöpfungskette im Hintergrund, dass die läuft, ist extrem wichtig. Und da kann uns die KI extrem viel helfen, weil wir einfach mehr Einblick bekommen und Prozesse und Strukturen transparenter werden und nicht halt dieser Überraschungseffekt stattfindet. Und drei Bereiche, Sales, Verkauf, wo kann KI ganz konkret im Sales eine Rolle spielen? Nun, das eine ist wirklich zu wissen, wo sind neue Marktpotenziale. Man kennt seine Bestandskunden, die sind wichtig zu betreuen, aber die kennt man. Wichtig ist aber auch zu wissen, wo sind jetzt neue Potenziale. Da kann die KI auf jeden Fall helfen, weil man einfach über das Suchverhalten der Menschen draußen, mit denen man halt im Zweifelsfall noch keinen Kontakt hat, bessere Transparenz schafft, auf wen man sich konzentrieren sollte. So, das wäre zum Thema Sales. Marketing generell? Wie gesagt, ich würde sagen, Marketing und Sales geht Hand in Hand. Marketing ist ja nochmal ein Schritt vor dem Sales. Das heißt, das ist ja eigentlich eher mal das Bewusstsein überhaupt erst zu schaffen am Markt. Da geht es natürlich darum zu wissen, welche Kanäle funktionieren, für welchen Kunden idealerweise. Es gibt immer noch einen sehr großen Kundenstamm, der analog auch natürlich unterwegs ist. Die sind schwieriger natürlich mit der KI zu erreichen. Das ist leider einfach so, aber alle Kundensegmente, die im digitalen Raum sich bewegen, die werden natürlich durch die Analyse transparenter. Und dann kann man natürlich nach dem ersten Schritt des Marketings das Sales auch viel spezifischer anwenden. Finanzstrategien, Revenue-Management, was ist da möglich? Es gibt Stimmen, die sagen, Revenue-Management, wo heute noch Menschen beteiligt sind, wird sich komplett verändern. Das heißt, die Maschine oder KI macht in Zukunft die Preise, die Tarife. Oder wie sehen Sie das? Es ist die Zukunft. Eine KI kann viel schneller die Analysen fahren, an welchen Tagen, mit welchen Präferenzen, welche Kunde, mit welcher Preissensibilität ihre Buchung machen. Das können wir als Menschen gar nicht. Wir haben A, nicht die Zeit. Wir haben auch nicht die Einsicht in all die Datenpunkte. Da ist die KI einfach schneller, effizienter und auch kostenunintensiver als ein Mensch. Und ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht, ob für den Menschen dieses Durchkämmen von etlichen Datenpunkten jetzt das unbedingt bereicherndste wäre, wenn man doch in den Hospitality-Bereich geht, wo man doch eigentlich von Menschen für Menschen was machen möchte. Von daher sehe ich da auch einfach Vorteile, dass man sich die Arbeit wieder freischafft, um an den Aktivitäten teilzuhaben, weswegen man doch eigentlich in diese Rolle auch gegangen ist. Sie haben mit Studierenden zu tun, Entschuldigung, also mit den Hoteles der Zukunft, könnte man sagen, sofern sie in der Branche bleiben, viele gehen weg, das wissen wir auch. Aber nehmen wir an, die bleiben. Was ist die Zukunft des künftigen Hoteles, so in 10 Jahren vielleicht oder 15 Jahren? Was ist seine Rolle? Immer auf der Basis künstliche Intelligenz, Digitalisierung und all das, was wir ja kennen. Was macht der ganz konkret? Also das ist natürlich jetzt ein bisschen Kristallkugel lesen. Also von daher, zitieren Sie mich nicht, das ist meine persönliche Meinung. Wir werden in 20, 30 Jahren wissen, ob ich recht gehabt habe. Aber ich würde behaupten, dass wir eventuell wieder tatsächlich den Freiraum uns schaffen, die Rolle so zu erfüllen, wie sie in den 80er, 90er oder vielleicht 70er oder 60er Jahren wirklich war. Und das war das Zwischenmenschliche. Ich sehe eigentlich den Mehrwert aus der Digitalisierung und speziell aus der KI, dass sehr zeitaufwendige und oftmals sehr routinebelastete Aufgaben wegfallen werden, was glaube ich die meisten Menschen so oder so begrüßen würden. Und dadurch aber die Zeit wieder frei wird, das zu tun, was in der Hospitality das Kernstück ist. Und das ist das Zwischenmenschliche. Das heißt, wieder mit einer Entspanntheit den Gast zu empfangen, mit der Muße den Aufenthalt zu gestalten. Das fängt auch lange vor dem eigentlichen Betreten des Hotels an. Auch dazwischen, zwischen den Besuchen, wieder im Relationship Management, also der Beziehungspflege eigentlich teilhaben zu können, weil die Zeit, die man sonst momentan mit irgendwelchen Dokumenten oder Excel-Sheets oder irgendwelchen anderen administrativen Dingen sich nicht mehr belasten muss, weil einfach die KI das effizient dafür einmacht. Also KI ist primär eine Chance und nicht ein Risiko oder sogar eine Gefahr, weil viele haben das Gefühl, wenn da die Maschine dann irgendwann kommt, rationalisiert sie uns alle weg. Das heißt, es kommt zum Stellenabbau, wir werden arbeitslose Menschen haben in der Hospitality, Leute, die nichts mehr zu tun haben und solche Dinge. Das hört man so. Natürlich, die Angst ist immer da. Und ich würde jetzt naiv sein zu sagen, es wird keine einzige Stelle wegfallen. Natürlich, es gibt mit jedem digitalen Wandel oder jedem Wandel generell, es muss nicht mehr der digitale sein, verändert sich das Gesamtumfeld. Man kann wie in einem Uhrwerk gesehen, man kann nicht ein Rad drehen oder warten, alle anderen Räder bleiben stehen. Es verändert sich alles. Aber ich bin immer ein Freund davon, solche Veränderungen als Möglichkeit und nicht als Risiko zu betrachten. Wir haben die Möglichkeit, Menschen wieder ins Upskilling zu bringen und auf andere Bereiche zu trainieren, damit sie dann für die wirklich wichtigen Touchpoints auch vorbereitet sind oder auch geschult sind. Denn ja, ich glaube schon, durch die Digitalisierung werden auch die zwischenmenschlichen Touchpoints im Schnitt weniger werden. Wir sehen das. Ich meine, wann waren sie das letzte Mal in einer Bankfiliale? Aber die Touchpoints, die dann da sind, die werden natürlich monumental wichtiger werden. Und dafür muss man auch das wichtige Training haben. Und das ist es, warum wir ja zum Beispiel auch an der EHLM sagen, Human-Centric Business Model. Es fängt beim Menschen an. Und das müssen wir natürlich auch in dem Ausmaß trainieren und wahrscheinlich mehr, als wir es heutzutage tun. Aber wenn wir das natürlich auch proaktiv so angehen, dann schaffen wir uns auch ein, finde ich, kreativeres und bereichenderes Arbeitsumfeld. Denn ich kann jetzt nicht behaupten, wenn ich an meine Arbeit denke, wenn ich eine Routine-E-Mail rausschicken müsste, dass ich das jetzt als zwingend den bereicherndsten Arbeitsschritt meines Tages bezeichnen würde. Wenn ich hingegen mit meinen Kollegen eine kreative Arbeit begehen kann oder ein Projekt lancieren kann oder mit Firmen zusammenarbeiten kann, dann sind das zehnmal schönere Aktivitäten. Und die Zeit, die ich für diese E-Mails oder andere Dinge nicht mehr brauche, die habe ich dann wieder für diese Aktivitäten. Also der Hotelier wird wieder seine Rolle als Gastgeber wahrnehmen, also vermehrt, wie Sie sagen, wie 70er, 80er, 90er dann, als es die Digitalisierung gar nicht gab in dem Sinne. Also heißt das eigentlich wieder zurück, ein bisschen zurück in die alte Schule oder wie? Ja, es ist eigentlich eine Kombination aus meiner Sicht, aus etwas sehr Neuem, aus sehr Traditionellen. Ich glaube immer daran und ich bin, wie gesagt, Innovationsprofessorin und schaue mir transformativen Wandel an. Ich bin nicht der Überzeugung, alles, was in der Vergangenheit war, ist immer schlecht. Es gibt viele Dinge, die sich verbessern lassen, man muss aber nicht alles immer verbessern. Kann man sagen, dass sich das Berufsbild, ich sage dem jetzt einfach mal so, das Hotel ist in dem Sinne nicht wesentlich ändern wir die nächsten 20 Jahre? Na gut, also ich glaube dadurch, dass wir halt diese eher routinelastigen Arbeiten wegrationalisieren, verändert sich das Bild ja schon. Also Menschen, die in einen Beruf für Menschen gehen. Es gibt ja, wie gesagt, am Ende des Tages ist jedes Business vom Menschen für Menschen, aber es gibt trotzdem Berufsbilder, also gerade der Servicebereich im Generellen ist ja nur noch sehr, sehr stark dadurch das Zwischenmenschliche geprägt. Ich glaube, das wird einfach viel mehr wieder in das Zentrum der Dinge rücken. Es gibt natürlich Hotels, die sind komplett digitalisiert. Gehen wir ins Billigsegment, Budget, Hotellerie und so weiter, da ist ja ein sehr, sehr hoher, sage ich mal, Automatisierungs- oder Digitalisierungsgrad vorhanden. Der Gast macht alles selbst. Von Reservationen über Check-in, Check-out, die ganzen Prozesse. Was sagen Sie dazu? Da braucht es ja eigentlich keine Menschen mehr. Das stimmt, das ist in der Tat so. Aber ich glaube auch, dass es halt nicht den einen Kunden gibt. Es gibt Kunden, die einfach sehr effizient eine Dienstleistung abrufen möchten und sich in dieser Nutzung im 100% digitalen Raum wohlfühlen. Es gibt, wie gesagt, wenn man zum Beispiel, ich mache immer gern das Beispiel, wenn es ums Essen geht. Es ist eine Sache, ob ich abends mit meinem Mann schön essen gehen möchte, eine schöne Unterhaltung haben möchte bei einem tollen Glas Wein und das Ganze einfach auch lange und episch genieße. Oder ob ich 45 Minuten zwischen Meetings mittags mein Essen schnell esse und es mir als eine Notwendigkeit, als jetzt unbedingt als den großen epischen Genuss sehe. Wenn ich jetzt natürlich diese zwei Bilder kontrastiere, dann bin ich mit einer viel digitalisierenden Lösung zum Mittag sehr zufrieden, weil ich kann effizient einchecken, effizient aussuchen, effizient zahlen und nutze die Zeit maximal, damit ich jetzt nicht das Essen auch noch obendran runterschlingen muss. Wenn ich natürlich aber abends da sitze, dann möchte ich nicht von einem Roboter bedient werden, sondern möchte ich mich vielleicht mit dem Sommelier in epischer Breite auseinandersetzen, welche Flasche Wein jetzt die richtige ist, ob man dich vielleicht sogar an der Weinbegleitung zusammenstellt, weil das Teil des Erlebnisses ist, das ich haben möchte. Der Gedankengang ist aber mittags nicht bei mir. Also heruntergebrochen auf Hospitalität bedeutet das Luxushotellerie, hoher Personifizierungsgrad, also viele Menschen, die sich um die Gäste kümmern oben im Luxussegment, in der Ferien- oder Läscherhotellerie auch, ganz unten in der Billig- oder Bücherhotellerie, alles digitalisiert, automatisiert. Da geht es ja nur darum, dass der Gast ein Dach über dem Kopf hat, duschen, schlafen, essen, trinken, sekundär, je nachdem. Also schnell übernachten, paar Stunden im Hotel, wieder rein, raus, in dem Sinne geht das. Die Mitte ist die große Frage. Drei Sterne, vier Sterne Segment, Entschuldigung, wie sieht es denn dort aus? Es ist halt immer, wie gesagt, Sie haben jetzt den Ansatz genommen von dem Anbieter. Ich fange immer gerne vom Kunden an. Das heißt, wir müssen beim Kunden sehen, was ist denn eigentlich das Bedürfnis, das wir versuchen zu bedienen. Deswegen, es gibt nicht die Antwort für das Mittelsegment, weil das Mittelsegment, jeder andere muss überlegen, wer ist mein Kunde, was ist das Bedürfnis des Kunden und wie bediene ich dieses Bedürfnis am besten. Das heißt, ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, das ist die Nonplusultra-Antwort für das Mittelsegment, sondern das Mittelsegment muss wie jeder andere auch ganz klar sich mit Ihrem Kundensegment auseinandersetzen, um zu verstehen, was ist das eigentliche Bedürfnis und welche Lösung gibt es dort den besten Ansatz. Das heißt, es kann auch eine Mischung aus analog- und digitalen Lösungen sein. Das ist immer eine Frage der Customer Journey und die muss man für sein Kundensegment in- und auswendig verstehen, weil sonst kann man auch keine gezielte und gute Entscheidung treffen, wie ein bestimmter Touchpoint bedient werden muss. Diese sogenannte Customer Journey ist ein großes Thema. Wo ist sie besonders digitalisiert, sage ich jetzt mal? Wo spielen digitale Prozesse eine Rolle und wo weniger, wenn man die von A bis Z durchschaut? Also momentan finden wir natürlich ein extrem breites Angebot an Lösungen bereits im Frontend. Das heißt also direkt am Anfang meistens im Endeffekt für die Reisevorbereitung. Alles, was halt im Endeffekt das Marketing, das Sales, die Reiseplanung, die Buchung, all diese Dinge sind eigentlich weitestgehend mittlerweile digitalisiert. Die wenigsten Kunden rufen proaktiv erstmal ein Hotel an und möchten eine Buchung tätigen. Das ist einfach die Realität heutzutage. Es ist schade, weil das ist ein wichtiger Touchpoint für die Hotellerie, denn viele der Informationen, die halt relevant sind, passieren in diesem Fenster. Und wenn man auf diese Datenpunkte keinen Zugang hat, ist das eine Blackbox. Im Eigentlichen vor Ort haben wir fragmentartige Nutzung, würde ich jetzt behaupten. Vieles hat stattgefunden im sogenannten Frontend, also in der kundenbasierten Seite. Oftmals leider eher mit vielleicht mehr Gadgets, als jeder braucht. Mehr nach dem Ansatz, wir machen es, weil wir es können. Nicht zwingend, weil ich sagen würde, da ist eine gezielte Wertschöpfung dahinter. Wie gesagt, gerade das Statement, das ich vorher gemacht habe, welche Lösung bereite ich denn eigentlich hier, zu welchen Problemen. Und im Hintergrund finden wir also auf dem Backoff-Haus fast eigentlich gar nichts bis dato. Also es sind immer noch sehr fragmentierte digitale Lösungen, oftmals mehrere Systeme, die punktuell nach und nach für unterschiedliche Bedürfnisse herangezogen wurden. Leider dann auch oftmals mit dem klassischen Schnittstellenproblem, wo Daten miteinander nicht, also Daten nicht kommuniziert werden, weil die Systeme nicht miteinander reden wollen. Und dann halt auch dem Zusammenbruch, dass man eigentlich die Daten, die man holistisch für einen Kunden haben möchte, nicht holistisch vor Ort sind, sondern eigentlich in unterschiedlichen Schubladen, wie man so schön sagt, gehalten werden, ohne miteinander eigentlich ein Sample zu kreieren. Wo wir extrem wenig bis dato sehen, weil eigentlich ist es fast nur das Feedback-System direkt nach dem Aufenthalt. Danach kommt eigentlich fast gar nichts. Das heißt, der Teil zwischen ich checke out, ich bekomme dann meistens irgendein Feedback-Formular, meistens ist das auch nicht besonders sexy. Und deswegen haben wir auch eine Rücklaufquote, die halt extrem niedrig ist und dementsprechend leider auch wieder nicht die Zielführung hat, die sie haben soll. Und dann ist eigentlich, bis der Kunde proaktiv wieder versucht, eine Buchung zu tätigen, selten sehr viel Interaktion, die digital oder let alone KI-basiert vollzogen wird. Also kurz, was würden Sie einem Hotelier vielleicht zum Schluss raten, so die drei bis fünf wichtigsten Dinge, was muss er jetzt tun? Der Hotelier, mittelgroßer Betrieb, privat geführt, nicht Mitglied einer Kette oder Marken, Hotellerie und so weiter, was würden Sie sagen? Also die meisten würde ich jetzt, ohne jetzt vielleicht zu weit gehen zu wollen, sagen, haben ja recht starke Berührungsängste noch mit der Thematik. Wie gesagt, das gilt nicht für alle, aber ich würde sagen, en gros wäre der erste Schritt, sich mit der Thematik aktiv auseinanderzusetzen. Weil die Hemmschwelle überkommt man erst dann, wenn man den ersten Schritt gemacht hat. Und wie ich das gestern auch in einem Beitrag gesagt habe, meistens findet man dann auch raus, dass es viele andere noch gibt. Und gemeinschaftlich ist so eine Problematik viel einfacher auch zu bewältigen, als wenn man glaubt, man ist der Einzige, der sich damit noch nicht ausreichend auseinandergesetzt hat. Das heißt, proaktiv in die Thematik einsteigen. Es gibt Artikel, es gibt YouTube-Videos, es gibt Diskussionsrunden auf LinkedIn. Einfach mit dem Thema erst einmal warm werden, das wäre das Erste. Dann ganz klar, und das ist absolut wichtig, weil es ist kein Allheilmittel, verstehen, welche Punkte in der Wertschöpfungskette momentan für einen selbst nicht optimal laufen. Und da muss man mit sich einfach selber ehrlich sein. Aber dann auch genauso kritisch analysieren, ist eine digitale Lösung wirklich die Antwort. Weil wenn sie es nicht ist, sollte man es auch nicht machen. Man kann Dinge auch verschlimmbessern. Das heißt, also erster Schritt, sich mit der Thematik auseinandersetzen. Weil wenn man nicht weiß, womit man sich auseinandersetzt, kann man auch nicht wissen, was man damit tun soll. Punkt Nummer zwei, ganz kritische Eigenanalyse und selber mal den, wie man so schön sagt, den Devil's Advocate spielen. Und sagen, wenn ich jetzt nicht ich wäre, sondern ich wäre meine härteste Konkurrenz. Wo wird diese Konkurrenz meine Schwachstellen sehen? Und diese dann im dritten Schritt wirklich analysieren. Gibt die Digitalisierung, speziell die KI, eine Lösung, die wirklich Wert treibt? Und wenn die Antwort nein ist, Finger weg. Das wären so meine drei Dinge, die man als allererstes machen soll. Danach wird es sehr spezifisch. Sehr gut, die Zeit ist um. Nicole Hinrichs, herzlichen Dank für dieses sehr aufschlussreiche, spannende Gespräch. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie mehr wissen möchten noch, als wir jetzt diskutiert haben, dann können Sie einen Fachbeitrag von Nicole Hinrichs nachlesen, der auf eHL Insights, auf dieser Plattform, erschienen ist, genau zu diesem Thema KI, was das so bedeutet für die Hospitality-Industrie. Das war es hier aus dem Hospitality-Summit in Zürich-Eurlikon. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen herzlichen Dank. Ich habe es gefreut. Vielen Dank. Vielen Dank.